ja das gibt es eine geschichte eigentlich die ist eigentlich ganz doof ich habe mich mal mit einem mädchen getroffen oder mit einer frau da waren wir in einem restaurant und sie war total willig das war ein nobel restaurant und da habe ich als ein ganz teures steaks haben wir drei oder vierhundert euro gegessen und die hätte ich mir auch sparen können wir hätten direkt zu mir gehen können